Daran erkennen Sie ganz einfach, dass der Akku Ihres Treppenlifts ausgetauscht werden muss. Grundsätzlich halten die Akkus eines Treppenlifts in der Regel drei bis fünf Jahre. Dies hängt natürlich davon ab, wie häufig Ihr Lift und die Akkus genutzt werden. Haben Sie einen Treppenlift, der über eine Etage geht und nur zweimal täglich genutzt wird, können Sie davon ausgehen, dass diese Akkus deutlich länger halten werden. Nutzen Sie einen Treppenlift über mehrere Etagen und der Lift fährt täglich zehn bis 15 Mal hoch oder runter, so können Sie davon ausgehen, dass die Akkus in diesem Fall eine nicht so lange Lebenserwartung haben. Ein weiterer entscheidender Faktor zur Lebensdauer solcher Akkus ist natürlich auch das Gewicht des Nutzers. Die Akkulaufzeit lässt sich also nicht pauschalisieren und ist je nach Nutzer- und Wohnsituation abhängig. Sony Lift-Tipp Grundsätzlich empfehlen wir die jährliche Wartung, denn hier wird vom Servicetechniker überprüft, wie leistungsstark das Akku noch ist. Denn fällt die Spannung unter 22,5 Volt, so ist es zu empfehlen, die Akkus zu tauschen. Sie benötigen Akkus für Ihren Flow 2 oder Homeglide? Bestellen Sie diese doch direkt über Sony Lift. Sie erhalten diese für 59 Euro, das Stück inklusive Mehrwertsteuer und Versand. Senden Sie uns einfach eine Mail oder rufen Sie uns entsprechend an. PS, wenn Sie die Daten zum Akkusuchen, die vom Werk aus empfohlen werden, speziell für den Flow und den Homeglide, schauen Sie im Datenblatt nach, welches Sie sich ganz einfach herunterladen können. Den Link finden Sie unten in der Infobox. Schauen Sie sich hierzu auch unser Video Was tun in einem Störungsfall bei einem Flow 2 an? Sie haben weitere Fragen zum Thema Akkus und Akkutausch bei Treppenliften? Dann melden Sie sich gerne direkt über unser kostenloses Servicetelefon 0800 3x08908 oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Webseite unter www.sonilift.de So können wir sicherstellen, dass wir alle Möglichkeiten in Ihrem Sinne prüfen können. In der Infobox finden Sie weitere Informationen und unsere vollständigen Kontaktdaten. Dann können Sie uns auf der Infobox finden, dass wir alle Möglichkeiten in Ihrem Sinne prüfen können. Vielen Dank.